hallo leute mein name ist die man und in diesem video zeige ich euch den keyword tracker das heißt ihr könnt genau tracken wie viel suchanfragen euer keyword hat ob ihr unter die top 10 für das keyword rankt ob eure bezahlten werbungen für dieses keyword ranken und noch vieles mehr also das ist ein tool von helium 10 und wenn wir hier jetzt auf keyword tracker geht also jetzt mal helio c keyword tracker dann hier auf auf euren account und da müsst ihr das helium 10 tool mit amazon verbinden also die api schnittstelle den tocken miteinander verbinden und dann könnt ihr eure eigenen produkte hier mit new product importieren und wenn ihr das macht dann sieht das dann so aus wie bei mir und der nächste schritt wäre jetzt die keywords zu importieren das heißt ihr könnt hier gehen und keyword hinschreiben und dann eure keywords zu eurem produkt hinschreiben in meinem fall ist das ein altes buch was ich glaube ich nicht mehr verkauft und hier dann einfach eure keyword liste einfügen aus excel oder wo auch immer die gerade ist oder ihr könnt auch automatisch die keywords beispielsweise sucht so produkt dann aus und dann werden automatisch die ganzen keywords hier importiert dann auf deutsch gehen natürlich und start tracking so und nach einer gewissen zeit also noch ein monat zwei monat da kommen da halt daten raus und wenn ihr dann auf euer produkt klickt daran habt ihr gewisse daten und hier könnt ihr dann sehen okay keywords von meinen 30 keywords was ich hier habe 20 renten in diesem fall null aber da sollte schon eine höhere anzahl sein unter die top 10 beziehungsweise unter die top 50 dann suchvolumen unter meinen keywords renken unter den top 10 beziehungsweise unter die top 50 und hier ist die sponsored brands das heißt wenn du werbeanzeigen über advertising amazon machst dann siehst du auch hier wenn du werbung schaltest ob das keyword auch unter die top 10 renkt ansonsten musst du vielleicht das budget erhöhen beziehungsweise den klick die klickkosten beim bei der werbekampagne oder anderes ändern und wenn wir jetzt hier auf die keywords gehen in meinem fall das buch hier haben wir jetzt ja angel investing und business angel und ich sehe hier okay für das keyword angel investing gibt es ein suchvolumen für mein produkt 63 und für business angel eigentlich nicht so gut da habe ich nur acht suchvolumen also das ist das suchvolumen wo ihr impressionen für euer produkt erschaft also nicht die gesamte es wären sicher 500 leute mindestens pro monat für das keyword business angel auf amazon suchen ich allerdings erscheine acht mal irgendwo in den impressionen und hier sind die competing products also die konkurrenzprodukte dann der trend von mir und dann organischer rank das heißt ich bin auf platz 141 hier für dieses keyword natürlich verkauft sich das dann nicht also und ja hier wäre ich menschen für dieses keyword wäre ich auf platz 12 und das könnt ihr mit diesem tool genau tracken und hier auch auf welchem platz seid ihr mit eurer werbekampagne das heißt wenn ich jetzt für dieses keyword business angel zahlen würde und jetzt 50 cent pro klick zahlen würde und hier steht dann 70 dann würde das mir ein signal geben hey verdopple das die klick kosten damit ich hier auf platz 10 bin beispielsweise oder platz 5 und hier kannst du auch notizen hinzufügen und du kannst auch hier den booster hinzufügen das heißt wenn du hier klickst dann wird das all jede stunde getrackt normalerweise wird alle 24 stunden getrackt und wenn du jetzt hier klickst dann kriegst du es alle jede stunde die das update der suchvolumen und der ganzen daten hier löscht dass man wieder so das ist halt wichtig wenn du wirklich hot also so richtige keywords hast für die du wirklich ranken willst weil du weißt da ist ein großes suchvolumen und dass du dann das wirklich optimiert und hier kannst du wirklich dann überprüfen okay mit einem index checker haben wir gesehen wir werden auf amazon gelistet für diese keywords und hier kannst du dann wirklich suchvolumen sehen und es dann dein produkt listing verbessern deine werbekampagnen verbessern optimieren und so weiter also das war es jetzt kurzer überblick zum keyword tracker ich werde natürlich noch viele weitere tipps tipps tricks und taktiken zu diesem thema machen zu amazon fb marketing e-commerce marketing online marketing deswegen unbedingt diesen kanal abonnieren damit ich euch viele also tricks zeige wie ihr wirklich euer produkt listing verbessert und wirklich mehr verkauft auf amazon also also bis zum nächsten mal euer ivan und